Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Damit es Ihnen gut geht, damit es Ihrer Familie gut geht, damit es uns gut geht, gibt es auf dieser Erde eine sehr, sehr wichtige Rahmenbedingung. Und das ist vor allen Dingen, dass unsere Finanzen einigermaßen stimmen. Und wir sind in einem Land, in Ländern, in der Europäischen Union, leben wir in Länder, in denen wir bis jetzt auch noch Regierungen haben, die mehr oder weniger erfolgreich dafür sorgen, dass wir unserer Arbeit nachgehen können, dass wir Straßen haben, dass wir Ampeln haben, dass wir ein Sozialsystem haben, welches funktioniert. Wir zahlen auch Steuern. Einige von uns zahlen richtig viele Steuern, andere zahlen etwas weniger Steuern. Wir zahlen diese Steuern gerne dafür, dass es uns allen gemeinsam gut geht. Ja, und wir zahlen Pflegebeiträge und wir zahlen Rentenbeiträge, wir zahlen Krankenversicherungsbeiträge, weil wir ein gut funktionierendes soziales System haben. Das ist die Allgemeinheit. Das ist so, wie wir leben. Das ist, wie es funktionieren sollte. Und auch im eigenen Haushalt. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass wir genügend finanzielle Möglichkeiten haben, um zu Hause unser Haus zu heizen, um vielleicht ab und zu mal in Urlaub zu fahren oder mal einen kleinen Ausflug zu machen, was immer schwieriger, weil teurer wird. Ja, auch so ein normaler Freizeitpark kostet jetzt im Augenblickeintritt 56 Euro für eine Person. Habe ich jetzt zufällig gelesen. Das ist dieser Freizeitpark, der große, beliebte in der Nähe von Köln. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie, für einen einzigen Tagesausflug, mindestens 200 Euro Eintritt. Ja, und da kommt noch ein bisschen Eis hier und da und noch die Fahrt. Also, da sind wir schnell bei 300, vielleicht sogar 350 Euro für einen Tagesausflug. Umgerechnet 700 Mark. Wer kann sich das leisten? Wer kann sich das Leben, so wie es sich zurzeit gerade entwickelt, noch leisten? Aber wir haben ja Instrumente und wir haben ja auch Banken. Wir haben ja auch Zentralbanken, die bestimmte Dinge in die Wege leiten können oder nicht. Wir sehen gerade, dass die EU, ich will es nicht so nennen, aber ich versuche es vorsichtig auszudrücken, dass in der EU einiges nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Weltweit, ja, haben wir eine steigende Inflation. In der westlichen Welt jetzt auch eine steigende Inflation. Und wir haben eine europäische Zentralbank. Ein wirksames Mittel, um Inflation zu bekämpfen, ist, so schnell wie möglich Zinsen zu erhöhen. Ja, das bedeutet, dass das Geld attraktiver wird. Die Inflation geht runter. Ja, klar, das bedeutet natürlich, ich bekomme auch mehr Zinsen für mein Geld. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Hypothekzinsen und, 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 dass all das natürlich auch aufgeht. Wir sehen, dass in den USA die FED, die hat das gemacht. Innerhalb kürzester Zeit ganz schnell, zack, die Zinsen sind jetzt, glaube ich, bei 2,4 oder 2,5. Also auf jeden Fall über 2 Prozent sind die Zinsen von der FED in den vergangenen Wochen erhöht worden. Und, ja, der Dollar ist damit stärker geworden. Sogar so stark, dass die, das EU, also Euro und Dollar ungefähr gleich viel wert geworden sind. Ja, der Euro ist damit richtig viel weniger wert geworden. Was macht die Europäische Zentralbank? Erhöht sie die Zinsen? Nein, sie erhöht nicht die Zinsen. Sie macht etwas, was ganz gefährlich ist. Meiner persönlichen Meinung nach. Und ich bin noch nicht einmal eine Finanzexpertin, sondern einzig und alleine eine kritische Bürgerin, die sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, ein bisschen für das Thema auch interessiert. Die Staatsanleihenkäufe, ja, die wollte sie ja zurückfahren. Über viele, viele Jahre hinweg, Milliarden, sind in diese Anleihenkäufe geflossen. Ja, und jetzt hat sie gesagt, die werden zurückgefahren. Die Europäische Zentralbank hat sie auch zurückgefahren. Zumindest für die wohlhabenderen Länder in der EU. Aber gleichzeitig hat sie jetzt im Juni und Juli Staatsanleihen gekauft. Für Milliardenbeträge Staatsanleihen gekauft von den ärmeren EU-Ländern, Italien, Spanien, Portugal. Staatsanleihen gekauft. Sehr, sehr gefährlich. Das ist wirklich mit dem Feuer spielen. Einige Fragen sich, Finanzexperten fragen sich und sagen, ja, hat Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, hat die überhaupt keine Ahnung von dem, was sie macht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch nur eine Puppe. Vielleicht ist sie auch nur eine Marionette. Schaut euch den Lebenslauf von Christine Lagarde an. Es ist wirklich für mich persönlich ein Wunder, dass jemand mit einem solchen Lebenslauf in eine solche Position kommen kann. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Vielleicht tut sie auch alles, was sie tun muss, um dort zu bleiben. Manchmal ist es auch Psychologie, warum bestimmte Menschen bestimmte Dinge tun und nicht andere Dinge tun, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie ansonsten ihren Job verlieren. Ja, es gibt Firmen, wo die ganze Mannschaft auf diese Art und Weise funktioniert, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie aufstehen, wenn sie etwas tun, was vielleicht nicht erwünscht ist. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Das, was hier passiert, ist tatsächlich mit dem Feuerspielen. Das kann schief gehen. Wir haben das schon mal gesehen. Was kann denn passieren? Naja, es könnte eine sogenannte Hyperinflation geben. Sehen wir auch in einigen Ländern ganz weit weg, Venezuela, ja, Hyperinflation. Innerhalb kürzester Zeit kostet ein Brot 10.000 Euro. Ja, einige werden hier sagen, also, naja, das ist ziemlich weit hergeholt und verrückt. Hyperinflation bedeutet nämlich genau das. Wir haben das schon mal gehabt in der Weimarer Zeit, ja. Und was ist danach passiert? Wir haben es gesehen in der EU, was passiert ist. Was lernen wir aus der Geschichte? Offensichtlich, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Wiederholt sich Geschichte? Ich hoffe es nicht. Wir sitzen jetzt gerade auf einem Pulverfass, auf einem politischen Pulverfass, ja. Wir sitzen gerade auf einem ganz, 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 ganz gefährlichen Pulverfass. Es könnte sich alles in eine Richtung entwickeln, die wir dann, ja, nur mit allerschwersten Mitteln vielleicht zurückdrehen können. Können wir es überhaupt zurückdrehen? Wir haben sehr oft hier in diesen Videos, auf diesem Kanal, reden wir immer über Ursache und Effekt. Ursache und Effekt. Ich kenne ganz viele Menschen um mich herum, ja, die sagen, hätte ich mal nicht, hätte ich diesmal nicht getan. Oder hätte ich das mal lieber doch getan. Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. Es gibt kein Zurückdrehen. Ursache und Effekt. Wenn ich etwas tue, hat es immer einen Effekt. Jedes einzelne Wort, welches ich denke, hat einen Effekt auf die Energie hier auf dieser Erde und auf die Energie im Universum. Und ja, jeder einzelne von uns macht Fehler. Wir sind nicht perfekt. Jedem von uns platzt schon mal die Hutschnur, ja. Auch ich, ich sage schon mal Worte, wo ich nachher denke, hätte ich lieber nicht gesagt. Aber das ist, das ist dann der Teufel. Das ist die Negativität, die um die Ecke kommt, die uns immer triggert. Ja, wenn da so ein kleines Loch ist, haben wir schon viel darüber gesprochen. Da ist das kleine Loch da und zack, da ist er drin. Zack, da ist er drin. Zack, da kann er uns manipulieren. Aber das, was hier von der Europäischen Zentralbank veranstaltet wird in der EU, nichts wird da gemacht, offensichtlich, um die Inflation zu verkleinern. Und ganz viele Menschen, auch um mich herum, auch hier, auch wir selber, kämpfen gerade, kämpfen gerade tatsächlich dafür, dass, ja, dass tatsächlich Essen auf dem Tisch steht. Dass tatsächlich und am Monatsende nicht im Minus sein, rot auf der Bank haben, ja, im Minus sein, das ist sowieso eine Illusion. Und die meisten Menschen gucken, wie weit kann ich im Minus sein, ohne dass mir mein Konto gesperrt wird, ja. Die meisten Menschen haben zwei, drei, vierhundert oder haben einen Dispo-Kredit von tausend oder zweitausend und gehen bis an das Limit. Ich kenne ganz viele Menschen, die zurzeit so leben. Es ist eine sehr, sehr schwere und vor allen Dingen auch eine gefährliche Situation. Und ich erwarte eigentlich von der Politik und auch von einer Europäischen Zentralbank, dass sie etwas tut. Dass sie etwas tut, was effektiv ist. Aber das, was gerade getan ist, ist, und das ist meine persönliche Meinung, nicht nur nicht effektiv, sondern könnte sogar hochgradig gefährlich sein. Die Anleihenkäufe, die gestoppt werden sollten, die sind natürlich nicht gestoppt. Ja, für Deutschland, Niederlande wurden verkauft, aber gleichzeitig wurden Anleihenkäufe getätigt. Nicht für die südlichen Länder, für die ärmeren Länder, die wahrscheinlich sonst ohnehin schon längst pleite wären. Das hier ist wirklich das eine Loch mit dem anderen Stopfen, ja. Das ist irre. Das ist einfach irre. Und trotzdem wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Genießen Sie jeden Moment. Jetzt so wichtig wie nie zuvor. Und ich freue mich, dass Sie auch dieses Video bis zum Schluss angehört haben. Ja, wir müssen hier auch über Dinge reden, die um uns herum passieren, die uns zum Nachdenken bringen. Ja. Deswegen genießt jeden einzelnen Moment und macht euch das Leben schön. Variieren. Nähen. Wir jsemt gesprochen. Wir sehen uns alle Misern.